Aber wenigstens leben alle. Wenigstens das. Wir haben ein Gebiet, das wir noch kontrollieren. Ein einziges. Stufe 2. 21 Leute haben die. 57.000 bräuchten wir. Oh Mann ey. 38.000. Die Bank ausrauben. Die Bank ausrauben. Information beschafft. Ok, jetzt sind es 61.000. Ich kann es versuchen. Mehr als Scheiten kann ich ja eh nicht. Lass uns einen perfekten. Travis möchte ich nicht mitnehmen. Da habe ich Angst. Obwohl, wahrscheinlich müssen wir ihn mitnehmen. Da alle anderen weg sind. Aber. Kann man ja vielleicht. Man kann die Baffen wahrscheinlich nicht wegnehmen. Von den Leuten. Null. Doch, kann man. Gut. Gut. Die Granate hier finde ich eigentlich auch gut. Vielleicht kann die hier jemand mitnehmen. Der. Nichts Spannendes dabei hat. Nichts Spannendes dabei hat. Skorpio. Und die anderen Waffen sind übrigens einfach weg. Oder was? Scheint mir fast zu. Naja. Los gehts. Und das Pingeln mit. Kann helfen, eure Feinde im Auge zu behalten. Okay, dass es jetzt grösser heißt. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wenn ich ehrlich bin. Aber mal schauen. Vielleicht stirbt auch Travis. Diese Bank sollte mit einem Code öffnen. Die Computer sind genau das, was ich indikiere. Check alle von ihnen für das Code. Und alles ist ein Matsch. Beide. Die Bank ist voll von Kameras und Zivilisten. Los geht's. Yo, yo, wir haben eine Kamera hier. Dann lass mal sehen, wie es einem aussieht. Gut. Geh ruhig und find die Computer. Kamera am Top. Wir müssen zuerst mal die Kamera finden. Äh. Den Raum finden, wo die Kameras ausgeschaltet werden können. Das finde ich sehr, wenn ich nichts mehr machen kann. Dann lass mich alleine wieder. Ich sehre, du bist ein Schraubch. Rand резller. Ich bin sehr entschuldige. Ich bin sehr entspannt. Wenn du dich bist, was ich wirst? Da oben ist auch ein Guard. Hierüber kann man nicht. Okay, gute Frage, wo man hier angreifen möchte. So, vor mir rein finde ich ein bisschen riskant. Yo, yo, we got a camera over here. Smash the camera. Be careful with those cameras. You can attract attention. Lock sprung. Everybody get the fuck down! You think you're hard? You're not! Down before I put you down! Down before I put you down! No other guard just... Come on, bitte mal hier hin. Get down, asshole! Why the fuck is you up? Get the fuck down! Ain't nobody playing with you! Oh, you like being tied up? Don't tap me, come on! Down on your knees! Come, schneller! The camera, can everyone... How can everyone be noticed? wird go 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 down before I put you down I will open the door I think we are going to open the door better 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 I think we are going to be a better way let's see if here something else is not so ok ultra is person only I think there is what we are looking for ok young lady easy peasy open down on your knees go 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 look all y'all better be on the ground or imma fuck some shit up be easy pacheezy what is happening what is happening? stay here what is happening? get the fuck on the ground keep cool we are here for your cash be still shaky any of you moving i'll fucking ice you all right all right i'm a business man but sometimes i gotta be a killer now let's stick to business shall we no move on check out check out check out still nothing keep it moving still nothing keep it moving what is happening all y'all better be on the ground or imma fuck some shit up stand straight up or imma straighten you out motherfucker neee ernsthaft falsche taste gedrückt und wieder irgendeine scheisse gemacht kann's doch ich nicht sein stop moving around fuckface quickly now crack the vault Junge ich verdrück mich so oft bei dem Spiel hold tight we will be in shortly the drill has overheated das wird so schlecht rausgehen Travis wird sterben ich seh das schon officers inbound the vehicle had to move you are on foot jotacht auch ach jetzt jedoch actually dass die pais dass und Das wird so schlecht rausgehen. Ey, fuck you. Time to bring back. Change of mags! Change of mags! Increase the speed setting on the drill. Irgendwie läuft das Spiel gerade nicht so flüssig. Sorry dafür. Take a breath. Reload. Entry team pullback. All teams advise caution. Area is still hot. Proceed with caution. You have a break in combat. Yeah, that's right! Go, 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 go! Das Spiel läuft da mega unflüssig. Sorry dafür. Sorry. I'll see you. I'm scared. Sorry. I'm scared. You shot up! I'll see you. Beware. Incoming specialist vehicle. Open any moment. Stay on the moment. You're scared. You're scared. I'm scared. They have called in a SWAT team. It is open. Move in and clean it out. It is opening. Some damn fine can you see anything? Get bagging! As much as possible! Goddamn! Entry team, start. Get it all. Entry security. Got it. Now, push them back. One back full. We've got enough. Are you certain? Yes. Entry team in position, 10 to 20. I hate to tell you, but that ain't the end of it. We have to take everything here, otherwise our career is going to march. Let's stop it now! More of that to come, baby. Increase the speed setting on the drill. Warning, there is a blitz incoming. All right. One step at a time. You have a SWAT chopper inbound. You can SWAT! Coming in chopper! We are on the clock. Move quickly before they lock down the entire block. Area access. We require more speed from the drill. I hate to tell you, but that ain't the end of it. Can you see the suspects? Got one? Half. Half of the next vehicle. Half of the next vehicle. That makes half to go. Entry security area. Fully loaded. Five. Get to the vehicle and move. They will notice the vehicle if you do not move quickly. We require more speed from the drill. Have we all? We have all. Let's go. Egal. We have to go. We have to go. We have to go. I hope it proves to be lucrative. Das war ein Erfolg, aber nicht ganzer Erfolg. Aber wenn das SWAT Team kommt mit dem Hubschrauber, dann ist das ziemlich heikel LHG. Und Travis darf halt nicht sterben. Das war eine großartige Crew. Okay, trotzdem fast 60.000. Und die FPS waren gerade richtig mies im Keller. Detective Consuls wurde getötet und wird uns nicht mehr mit seiner Anwesenheit stören. Das ist gut. Haben wir ein Detective weniger? Okay. Können wir irgendwas machen? Was uns Geld einbringt? Nicht wirklich, ne? Unser Team ist ausgelastet. Dann heisst das wohl schon wieder Feierabend. Und die Gebiete könnten wir möglicherweise verlieren. Eigentlich haben wir gar kein Feierabend mehr. Naja, Feierabend für heute. Tag 13. Ich wusste, es war viel zu kalt. Norris sprang seinen Anwesen schnell. Schreibe alle, die wir haben, zum Touchdown. Schreibe sie auf die Beine. Volle, fucking Warpain. Und sicher, dass ihr auch packt. Ich muss immer wieder sagen, dass es halt auch echt schwierig ist. Hey, goddamn Sheriff. Eigentlich viel Leute zu spielen. Boss, you need to flee the country. Bullshit. Norris can't catch me. Seriously, the situation is... Fuck. Hmm, some real firepower. Not many. Grab it all. The authorities will certainly be on their way now. Pick up the pace. Fucking money. Ow. Fuck. Eyes up. Chopper for the SWAT on the way. Okay. Watching for helicopters. Dasara, I need to get out of here. Where's my ride? Bicca, I'm sending a vehicle. They better be fast. Entry team 3. Model down. Good, let's go. Go, go, go. Das wird nix. Wie soll ich da bitte fliehen? Ich hab keine Munition mehr. Who is able to respond? You have a SWAT team in battle. Ich bin sicher, die bin kommin. Go! Operators, gimme your vehicle. Lock it now! Boss, are you able to respond? What the fuck? Boss? Travis Baker besiegt. Das war's. Alter. You got chucked. Pretty bad, too. So why? Oh mein Gott. Stufenaufstieg. Boss Stufe 1. Oh shit, lost. But, let's see what we got. Stufenaufstieg. Zdenk deinen Kosten für Angriff und Verteidigung im Revierkrieg. Versteck beim Angriff und Verteidigung im Revierkrieg den Schaden deines Soldaten 5%. Verpessere die Gesundheit von Touchdown, wenn er dein Eigentum schützt. Versteckbares Schaden. Verpessere die Gesundheit von Touchdown. Erhört deine Belohnung für das Erlegen von Aufträgen. Er senkt deine Kosten für Angriff und Verteidigung. Erhört deine Belohnung. Bakers Schaden. Ja, moin. Baker erhält einen coolen neuen Vorteil. Zieh sich ihr verlinkt der Waffeneinsatz. Noch mehr, okay. Baker kann öfter wiederbelebt werden. Das ist sehr gut. Tage durchgehalten. Ähm, steht jetzt hier gar nicht. 13 Tage. 3% von Roké unter Kontrolle. Ja gut. Ergebnis 26.000 gestohlener... Hä, das ist vorhin eine komische Auflistung. Richtig buggy irgendwie. Ich glaube das ist einfach unser Geld, das wir jetzt gerade haben. Und gestohlen Gesamtwert 924.000 Dollar. Und Wertung C. Aufträge abgeschossen 27.000. Große Raubbefehle 0.000. Ich bin nicht mal so weit gekommen. 6 Aufträge ohne Verluste. Feinde getötet 1280.000. 0 Zivilisten getötet. Das stimmt eigentlich auch nicht. Aber gut. Ja. Echt doof gelaufen am Schluss. Zuerst Geldprobleme. Probleme die Stadt unter Kontrolle zu halten. Dann noch FPS Probleme. Die KI die nicht macht was ich möchte. Dreimal in diesem Ablauf. Zuerst. Okay das. Mit dem Seil da war ich eigentlich doof und blind. Dann der Drogendings da von Kahn. Der einfach auf die Polizisten geschossen hat. Statt zu uns zu kommen um abzuhauen. Und dann noch Jupiter. Die. Ja. Was ist das für eine Logik. Man kann keine Waffe aufnehmen. Ich meine man hat bloß eine Pistole. Schiesst die leer. Magazine liegen auf dem Boden. Sie haben kein Magazin auf. Und keine Waffe. Und dann muss man mit Faustkampf durch. Keine Ahnung. Zig andere Gegner kommen. Also Junge. Wie schwer willst du dein Spiel haben? Ja. Aber gut. Das war's dann leider. Mit dem ersten Durchlauf dieser Kampagne. Und ich würde sagen. Fuck this shit I'm out. Genau. Travis Baker sagt bye. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem ersten Durchlauf und Let's Play von Rock A City. Crime Boss Rock A City. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. I don't cross my teeth I don't dot my eyes Won't say pretty please Or speak a little white lies I don't cross my teeth I got a rebel soul 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 Just get down with it now With it now Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020